Wir stürzen ab. Zieh das Flugzeug hoch, Julia. Ich versuche es. Das Flugzeug stürzt auf die Stadt. Wir dürfen nicht auf die Stadt stürzen. Es werden Menschen sterben. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Flugzeug. Es stürzt ab. Wir müssen hier weg. Da sind ganz viele Häuser vor uns. Werden wir auf die Häuser stürzen? Julia, du musst den Häusern ausweichen. Ich kann aber kein Flugzeug fliegen. Warum entführst du uns dann mit einem Flugzeug? Schrei mich nicht an. Ich schreie, wie viel ich will. Jetzt versuch auszuweichen, Julia. Die Häuser kommen immer näher. Meer, hörst du mich? Sag Spongebob, wenn du mich hören kannst. Spongebob. Wie bitte? Spongebob ist ein Schwamm und er lebt im Meer. Sein bester Freund heißt Patrick. Und warum sagst du jetzt Spongebob? Weil ich Spongebob mag. Können wir bitte nicht über Spongebob reden? Wir stürzen gerade ab. Sag Julia, dass sie auf der Straße landen soll. Wenn ihr auf die Häuser stürzt, werdet ihr sterben. Julia, du musst auf der Straße landen. Wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Du musst es aber schaffen. Ich werde es probieren. Macht euch bereit. Da sind so viele Häuser vor uns. Julia, du musst es schaffen auszuweichen. Wir dürfen nicht sterben. Niko darf keine neue Freundin bekommen. Julia, weich aus! Das setzt mich unter Druck. Jetzt bin ich traurig. Meinst du das ernst? Mir egal, ob du traurig bist. Rette uns! Ich versuche es. Viel Glück, Mia. Danke. Bitte, mein Schatz. Ich meinte nicht dich. Wen denn sonst? Äh, ich meinte dich. Natürlich. Du verhältst dich seltsam, Mia. Nein, ich freue mich sehr auf Australien. Es reicht. Wir müssen erstmal den Absturz überleben. Sei doch nicht so böse, Paul. Genau, Papa. Ich werde hier noch verrückt. Julia, versuch uns zu retten. Ist ja gut, Schatz. Es geht los. Triff nicht die Häuser. Haltet euch fest. Wir sind abgestürzt. Sind wir tot? Nein, wir sind nicht im Himmel. Mia, mein Schatz, sag etwas. Mia, was ist los? Oh nein, ist sie etwa? Das darf nicht wahr sein. Mia, hörst du mich? Was ist da los? Oh nein, das Cockpit füllt sich mit Rauch. Ich muss Mia und Julia retten. Ich kann aber nur eine retten. Mia, die Feuerwehr und der Krankenwagen sind unterwegs. Halte durch. Ich muss meine Tochter retten. Julia muss hierbleiben. Das darf alles nicht wahr sein. Du musst überleben, Mia. Ich muss Mia hier wegbringen. Mia, ich muss Julia retten. Die Ärzte werden sich um dich kümmern. Ich vertraue ihnen meine Tochter an. Ihre Tochter ist in guten Händen. Ich muss nochmal ins Flugzeug rein. Nein, das dürfen sie nicht. Ich muss es aber tun. Ich muss Julia retten. Wer ist Julia? Meine Frau, die mich entführt hat. Ich habe verstanden. Echt? Nein. Ja, es ist ganz schön kompliziert. Ich muss jetzt Julia retten. Was ein verrückter Mann. Sind Sie nicht Paul Müller? Ich muss in das Flugzeug gehen. Warum das denn? Ich muss Julia retten. Das kann ich nicht erlauben. Das ist mir egal. Lassen Sie mich durch. Nein, treten Sie zurück. Schauen Sie mal da. Da hat irgendjemand Kaugummi auf den Boden geworfen. Das ist eine Straftat. Den schnappe ich mir. Ich habe es geschafft. Ich muss schnell zu Julia. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Hier ist so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Sonst sterbe ich an einer Rauchvergiftung. Julia! 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 Julia, hörst du mich? Oh nein. Ist sie etwa tot? Ich hasse dich. Aber ich will trotzdem nicht, dass du stirbst. Halte durch! Wir müssen schnell aus dem Flugzeug. Das Flugzeug könnte explodieren. Gott sei Dank. Dir geht es gut, Schatz. Ja, aber was ist mit Julia? Ich weiß nicht. Ich hoffe, sie lebt noch. Was machen wir jetzt? Sie sind doch Arzt. Helfen Sie Julia! Ach ja, stimmt. Julia atmet nicht mehr. Sie hat zu viel Rauch eingeatmet. Tun Sie etwas! Ich werde Sauerstoff holen. Und was soll ich machen? Sie müssen Julia eine Herzdruckmassage geben. Wie geht das denn? Ich zeige es Ihnen. So geht eine Herzdruckmassage. Muss ich Julia auch Mund zu Mund beatmen? Nein, das brauchen Sie nicht. Übernehmen Sie jetzt. Ich hole den Sauerstoff. Äh, alles klar. Kommen Sie her. Ja, ich komme ja schon. Das Flugzeug ist explodiert. Die ganze Stadt brennt. Wir müssen hier weg. Erst retten wir Julia. Dann komm her. Ja, ich hole den Sauerstoff. Mache ich es richtig? Ja, ich hole den Sauerstoff. Beeil dich! Natürlich. Julia, du musst überleben. Dann kommst du in eine psychatrische Anstalt. Ich hasse dich, aber du wirst gesund. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch mehr Deutsch zu lernen. connen. Begnguez. Untertitelung des ZDF, 2020